Hallo Alex. Hallo. Oder lieber Haki? Beides gut. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht's dir gerade? Ich würde sagen, es ist eine 8 bis 9. Wie viele Dioptrien hast du? Mähes ist ein Weisen nicht, was schon lange mehr gebraucht hat. Urlaub in den Bergen oder Urlaub am Meer? Beides sehr geil, kommt ein bisschen auf die Jahreszeit hoch an. Wenn du jetzt fahren könntest? Definitiv, ja, ja. Welches Essen macht dich happy? Ein geiles Curry wahrscheinlich. Was ist das dummste Vorurteil über Fußball da? Dumm. Und? Stimmt das? Will ich so nicht bestätigen. Also ich habe sowohl als auch zusammen gespielt. Heute schon gecheckt, ob du was zwischen den 10 hast? Nein, ich glaube ich habe auch nichts zwischen 10. Ball über die Linie drücken oder von der Linie kratzen? Beides wäre cool, würde aber sehr gerne auch mal wieder über die Linie drücken. Kabinenparty oder Red Cat? Ich würde sagen, er ist Kabinenparty nach Red Cat. Rheinufer oder Taunuswanderung? Definitiv Rheinufer. Ja. Was war dein größter Frisurenunfall? Oh, ich hatte vor ein paar Jahren die Idee, meine Haare so weißlich plomb zu machen. Fand ich eine Zeit lang cool, jetzt nicht mehr. Würdest du noch mal machen? Zu der Zeit wahrscheinlich mal wieder, aber in der jetzigen Zeit nicht mehr. Heim- oder Auswärtstrikot? Heimtrikot. Geil, Haki. Endlich wieder Fasnacht. Feierst du mit Bier oder mit Wein? Fasnacht feiere ich meistens mit Wein, aber ich denke zum späteren Abend kommt noch andere Sachen dazu. Hast du irgendwo Hausverbot? Ich habe definitiv bei meiner Heimat wohl Hausverbot bekommen, aber es lag mit Sicherheit nicht an mir. Was ist das Schönste an Kaiserslautern? Nichts. Was ist das Schönste an Mainz? Die Leute, die Stadt, allgemein, ich glaube, das Feeling und das Wohlfühl. Wie schaust du, wenn wir am 34. Spieltag die Klasse melden? Ja, genau so. Top, danke, Haki. Danke auch.